Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ihr seht es, der Eon-Tabak ist endlich am Start. Am Freitag wird er in die Shops kommen. Heute testen wir die ersten Sorten. Ja, und ich würde sagen, bevor wir zu dem Rauch-Part kommen, zeige ich euch erstmal, welche zwei Sorten ich für das heutige Video ausgesucht habe, beziehungsweise seht ihr es am Titel. Aber ich zeige euch erstmal, wie ich die Köpfe gebaut habe. So Leute, da ist das Ding. Hier Nummer 1 und 2 vor mir. Ich muss aber sagen, so dumm das klingt, ich habe mehr Bock, zuerst 3 und 4 zu testen, weil da haben wir einmal den Flavo, Rose, Zitrone und wir haben, wie Rie, die Kiwi-Rose. Und die finde ich doch schon deutlich nicer. Also zumindest, wie es sich anhört. Das wären eher so meine Sorten, sagen wir es einfach so. Das heißt, die werden wir rauchen. Und Rosea und Purpura, da werden wir uns in einem anderen Video drum kümmern. Ich würde sagen, wir machen als erstes mal hier den Black Series Nummer 3, Viridi Aeon Tabak auf. Kommt eingeschweißt, das heißt einmal hier die Folie ab und dann haben wir hier den Karton. Da sind sehr große, sehr viele Warnhinweise drauf, aber wir haben dann hier auf der Seite noch ein Label und da steht dann eben Aeon Black Series ist ein dunkler Wasserpfeifentabak, bestehend aus den zwei verschiedenen Grundtabaksorten Burley und Cavendish. Eine lange Reifezeit liefert die Grundlage für ein perfektes Zusammenspiel mit den hochwertigen Aromen aus dem Hause Wandenberg. Das steht eben hier auf der Seite. Sehr, sehr nice. Hergestellt in Deutschland für Aeon. Dann stehen da nochmal die Daten von Aeon drauf und ansonsten steht da nichts drauf. Aber die wichtige Info ist, das hier ist ein Produkt aus dem Hause Wandenberg. Und wir wissen schon über Produkte aus dem Hause Wandenberg. Die haben eigentlich immer Hand und Fuß. So, hier oben sehen wir noch was anderes sehr Wichtiges, was ein bisschen schmerzhaft ist, aber irgendwo auch nachvollziehbar ist. Das Ding kostet 22,90 Euro. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Naja, auf jeden Fall 22,90 Euro. Und wir können dann hier einmal die Packung aufmachen und hier das Ding rausnehmen. Und diese Teile, die kennen wir ja auch schon. Und zwar von Kismet. Also es ist dieselbe Verpackung wie bei Kismet. Außen ähnlich, nur dass halt Aeon draufsteht. Und die Aeon Boys sich da eben um die Sorten gekümmert haben, zusammen mit dem Michael von Wandenberg. Und dann haben wir hier den Black Series 3 Viridi, aka Kiwi und Rose. So, und dann machen wir das ganze Ding mal hier auf. Und da sehen wir es schon drinnen liegen. Und das ist ein doch schon sehr dunkler Tabak, aber mit leichten Brauntönen. Wenn man das jetzt mit einem Must-Have oder einem Darkside vergleicht, dann haben wir da schon ein paar Brauntöne. So, ich habe euch das nochmal ein bisschen heller gemacht. Also wir haben da schon ein paar Brauntöne im Tabak. Ich würde sagen, wir gucken uns das nochmal ein bisschen genauer an. Ich hole mal was zum Umrühren. So, so sieht das Ganze dann aus. Wir haben relativ festen Tabak, der schon fein ist. Aber es ist, also wer Kismet kennt, der wird sich hier halbwegs zu Hause fühlen. Es ist allerdings doch nochmal ein bisschen was anderes. Wir haben hier und da mal ein kleines Ästchen oder so. Also das sieht man auf jeden Fall schon. Könnte man sich natürlich noch wünschen, dass diese Ästchen dann nicht dabei wären. Ästchen nehmen halt tendenziell die Molasse ein bisschen schlechter auf als ein Tabakblatt. Deswegen wollen wir möglichst viele Tabakblätter und möglichst wenig Ästchen in unserem Tabak drin haben. Aber es ruiniert halt auch keinen Kopf, wenn da mal so ein kleines Ästchen oder gar eine Plattader oder sowas mit drin ist. Es ist jetzt kein Beinbruch. So, und dann haben wir hier einmal den Dippen voll mit dem Aeon-Tabak. Und die Dippen sind wirklich saugeil zum Aufbewahren. Aber das kennen ja schon alle Leute von Kismet. So, und ich würde sagen, wir fackeln hier auch gar nicht zu lange rum. Also wir fackeln schon ziemlich lange rum, finde ich. Aber da muss man auch viel drüber erzählen. Aber was ich eigentlich meine ist, wir bauen uns mal ein Köpfchen. Farblich passend zu der Pfeife, die wir gleich rauchen werden, werdet ihr ja sehen, werden wir uns hier den Viro Globe Funnel schnappen. Und dann packen wir da einfach mal unseren Tabak rein. Der Viro Globe hat ein recht schmales, kleines Depot, könnte man sagen. Und wenn man da eben den Aeon-Tabak drinne bauen kann, dann heißt das eigentlich, dass man den in so gut wie jedem Kopf bauen kann. So, wir legen hier Tabak rundherum rein. Und ich drücke diesen Tabak auf jeden Fall leicht an. Wir haben jetzt erst ein leichtes Mittagessen hinter uns. Keine riesen Mahlzeit, sondern nur ein leichtes Mittagessen eben. Ein paar Brötchen. Und deswegen werde ich den ein bisschen andrücken, weil, und ich habe den Tabak ja schon ein paar Mal geraucht, der ist scheiße stark. Also, da müssen wir noch genauer gleich beim Rauchen drauf eingehen. Aber dieser Tabak ist wirklich sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Nikotin dies, das der Tabak hat, aber er hat auf jeden Fall einiges an Nikotin. Und ja, also, wenn ich bei einem Tabak noch merke, dass er mich schiebt, wenn ich nichts gegessen habe und so, dann heißt das meiner Meinung nach schon was, weil so Must-Have und Darkside kann ich immer sehr entspannt rauchen. Egal, wie viel ich gegessen habe, also sogar wenn es ein Frühstücksköpfchen ist. Aber bei dem ist das ein bisschen anders. So, den ersten haben wir gebaut, wir bauen gleich noch den zweiten. So, zwischendrin noch schnell die Kohle angemacht und jetzt Kopfbau Nummer zwei. Einmal den Flavio. Wir schnappen uns wieder einen Globe-Funnel, aber rühren vorher auch diese Dose nochmal ordentlich um. Ist natürlich jetzt sehr dunkel für euch. Erstmal locker fluffig wieder rundherum Tabak rein, beziehungsweise ganz locker fluffig ist auch nicht. So ein kleines bisschen drücke ich da hier und da dann doch schon mal an. Ah, da haben wir zum Beispiel eben mal ein relativ großes Tabakblatt gesehen, aber das ist eher die Seltenheit, würde ich sagen. Also Schnitt ist jetzt nicht der allerkrasseste, aber passt in der Regel beim Kopfbau eigentlich. Also ich hatte jetzt relativ selten Probleme damit, sagen wir es so. Und auch den Kopf müssen wir wieder ein bisschen sauber machen, weil ich den doch schon ziemlich eingesaut habe. So, dann warten wir noch auf die Kohlen, die gehen schon an und dann kann es losgehen. So, wie ihr seht, läuft mein Köpfchen mittlerweile. Als erstes habe ich den Flavio an. Der Flavio ist Zitrone und Rose. Und speaking of Rose, in drei von den vier Sorten, die von Aeon auf den Markt kommen, ist Rose drin. Als ich das das erste Mal gehört habe, war ich so, schade. Na, Rose, ganz nett, aber nur wirklich ab und zu. Und ich rauche nicht gerne viel Rose. Es ist halt sehr floral und deswegen war ich da so ein bisschen traurig, dass in drei von den vier Sorten eben Rose mit drin ist. Und die eine Sorte, in der keine Rose drin ist, ist Traube, indische Gewürze und Lavendel. Also mit Lavendel jetzt auch nicht gerade wenig blumig, plus dazu auch noch würzig von den indischen Gewürzen. Man muss also als allererstes sagen, diese Tabaksorten sind wahrscheinlich nicht für die absolut breite Masse. Da gibt es auch noch andere gute Gründe für und da kommen wir auch gleich noch zu. Aber das war erst mal, im ersten Moment dachte ich mir so, schade, dass da bei so viel irgendwie, also bei jeder Sorte ist irgendwas Florales, Blumiges mit drin. Und für jemanden wie mich, der eben nicht so gerne super oft florale Sorten raucht, war das erst mal ein kleines bisschen schade. Dann kam noch der Preis von 22,90 Euro dazu. Das tut natürlich weh. Ich glaube, das ist eine der teuersten Tabaksorten, die man auf dem Markt kaufen kann. Must-Have und auch Darkseid sind beide günstiger als der E.ON Dark Blend. Es gibt aber ein paar Argumente, die all diese Argumente so ein bisschen aushebeln. Als erstes muss man sagen, der E.ON Tabak ist wirklich saustark. Ich rauche ihn jetzt gerade hier auf dem Viral Globe Funnel mit zwei Kohlen. Ich habe ihn mit drei angeraucht. Sobald er an war, habe ich eine Kohle runter und rauche jetzt eben mit zwei weiter. Und wenn man davor nichts gegessen hat und wenn man jetzt nicht an Dark Blend gewohnt ist, dann wird einen das schon ganz schön aus dem Leben nehmen. Also der E.ON Tabak, für mich persönlich, deutlich stärker als Must-Have und deutlich stärker als Darkseid Core. Also das ist wirklich nochmal eine ganze Schippe obendrauf. Von der Performance her läuft der eigentlich immer sehr gut, aber die Stärke merkt man nicht nur im Nikotin, sondern auch im Hals. Für Leute, die ab und zu gezielt ein starkes Köpfchen rauchen wollen, ist es natürlich sehr geil. Dieses Gefühl von Drücken im Hals nennt man ja allgemein auch Throat Kick. Und den hat man bei diesem Tabak. Ich finde, einen Must-Have kannst du so bauen, dass du den gar nicht spürst. Im Hals. Einen Darkseid super easy, den so zu bauen, dass der kein bisschen im Hals drückt. Der E.ON Tabak, für mich, und das ist ja jetzt wirklich auch ein Semi-Dance-Setup, also ich habe den nicht fluffig gelassen, ich habe ihn leicht angedrückt und trotzdem habe ich beim Ziehen einen Throat Kick. Und ich würde sagen, ich bin schon jemand, der gerne ab und zu mal ein starkes Köpfchen raucht und auch ab und zu mal ein Tangiers raucht und so. Also ich finde, den A.ON Tabak kann man so ein bisschen mit einem leicht fluffig gebauten Tangiers vergleichen. Und das ist schon wirklich eine Ansage. Also für jeden, der sich denkt, ach cool, einen A.ON Tabak, probiere ich mal. Aber überlegt euch wirklich vorher, ob ihr starken Tabak abkönnt. Und wenn nicht, dann lasst da auf jeden Fall die Finger von, weil ansonsten haut euch das Zeug aus den Socken. Ich habe mich ja so ein bisschen über die Rose beschwert. Und da muss ich sagen, für Leute, die jetzt nicht einen puren Kopf davon rauchen werden, und bei mir wird das wahrscheinlich auch relativ selten passieren, dass ich davon puren Kopf rauche, weil er dafür schon wirklich relativ stark ist. Ab und zu hat man da mal Bock drauf und dann ist es geil, dass man das machen kann. Aber in den meisten Fällen wird der Tabak bei mir zum Mischen eingesetzt werden. Das ist dann natürlich geil, weil du kannst den mit 70% Virginia mischen und hast trotzdem insgesamt noch einen relativ starken Kopf. Und die Rose wird dann eben noch mehr rausgenommen. Also auch wenn der Flavio, der Zitrone-Rose, den ich gerade anhabe, doch schon ordentlich Rose mit am Start hat, wenn man den dann mischt, geht die natürlich weiter in den Hintergrund. Und dann ist so eine ganz leichte Rosennote schon was ziemlich Geiles. Aber bevor wir zu viel hier ruminterpretieren, würde ich sagen, kommen wir einfach mal zur Rauchentwicklung. Danach kommen wir zum Geruch. Rauchentwicklung, wunderbar. Aber wenn man das jetzt noch auf die Spitze treiben würde und dann noch ein paar Mal so heftig dran zieht, das geht dann doch schon in den Kopf. Also ich weiß nicht, ob ich hier jetzt einfach im Pussy-Modus bin und da zu viel rumheule, aber ich finde den Tabak wirklich saustark von der Nikotinstärke. Zum Rest kommen wir gleich. Wir riechen aber erstmal an den Flavio und gucken uns den Geruch an. Ich finde es erstaunlich, wie unterschiedlich der Geruch zum Geschmack ist, weil vom Geruch haben wir fast nur eine sauleckere Zitrone am Start mit ganz, ganz leichten Noten an Rose im Hintergrund. Im Geschmack ist das dann komplett umgedreht. Ich finde, der Flavio schmeckt ungefähr 50-50 nach Zitrone und nach Rose, was ich vom Geruch niemals so erwartet hätte. Aber die Rose kommt im Geschmack wirklich deutlich krasser rüber. Wir haben eine sehr leckere Zitronennote, die eher auf der süßen, fast schon Bonbon oder Nimm-Zwei-Seite ist, die aber sehr, sehr lecker schmeckt. Und das gepaart mit der Rose, die eben sehr floral ist. Ich bin auch kein Rose-Tabak-Feinschmecker. Ich kann ja jetzt keine Nuancen in unterschiedlichen Rose-Tabak-Sorten rausschmecken. Aber es ist eine leckere Rose. Also ich kann den schon pur rauchen, obwohl ich nicht der größte Rosenraucher bin. Muss aber sagen, in Mischung gefällt mir das Ding deutlich besser. Und viel, viel mehr habe ich zu dem Flavio eigentlich nicht zu sagen. Leckere Zitrone, aber auch eine ordentliche Rose im Geschmack am Start. Schön ausgewogen das Ganze, wenn man wirklich ein Zitrone- und ein Rose-Flavor haben will. Für mich persönlich könnte es ein kleines bisschen weniger Rose sein. Aber wie gesagt, wenn man das Ganze dann noch mit etwas anderem mischt, also irgendeinem Virginia, ich habe zum Beispiel beide Sorten sehr, sehr gerne mit raube Minze geraucht, dann ist das Ganze schon wieder wunderbar. So, ich würde sagen, wir switchen einmal die Köpfchen und kommen dann noch zu dem Viridi. So, auch der Viridi ist jetzt angeraucht. Nächstes Ründchen mit der zweiten von vier Sorten. Die nächsten zwei kommen aber dann nochmal in einem nächsten Extra-Video. Das ist übrigens noch Himbeere-Rose und wie gesagt, Traube, indische Gewürze und Lavendel. Der ein oder andere kennt das Ding schon als Elmo. Es gab ja schon mal E.ON-Tabak, aber jetzt eben hochpotenter Dark Blend. So, auch hier gucken wir uns nochmal an, wie das Ding performt. Läuft, wie ihr seht, auch wunderbar, aber Throat Kick ist echt am Start. Ich kann es nur nochmal sagen, wenn ihr was Starkes rauchen wollt, der ist stark. Aber, Viridi, wir haben Kiwi und wieder die Rose mit dabei. Wir kommen erstmal zum Geruch. Und es ist eigentlich genau dasselbe wie beim Flavio. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Rosennote, die wahrscheinlich in den Sorten dieselbe ist, hier wieder vom Geruch etwas untergeht. Wir haben eine sehr leckere Kiwi-Note am Start. Schön sauer, schön fruchtig, schön spritzig. Die ist auf jeden Fall krass im Vordergrund beim Geruch. Im Geschmack ist es wieder das Gegenteil. Oder was heißt das Gegenteil? Das Gegenteil, wer die Rose überwiegt. Das ist nicht der Fall. Aber man hat im Geschmack wieder eine gute 50-50-Mischung von Kiwi und Rose. Da treffen wieder genau dieselben Punkte ein, wie ich es eben schon beim Flavio erzählt habe. Aber für mich könnte es ein kleines bisschen weniger Rose sein. Trotzdem ein sehr, sehr leckeres Ding. Und diesen Tabak hier, da muss ich euch was gestehen. Da musste ich ein bisschen flunkern. Es gab halt noch ein Embargo, ein NDA. Ich dürfte noch nichts zu dem Tabak sagen. Ich habe da aber in der Insta-Story des häufigeren Mal ein Kismet-Kiwi drunter gemischt. Das war kein Kiwi. Ich dürfte es euch leider noch nicht verraten. Es war der Viridi. Weil das Ding mit Grape gemischt, ihr wisst ja, dass ich die Kombi Grape und Kiwi unglaublich feiere. Und so eben auch mit dem. Wenn man da so 40% von dem Viridi nimmt und 60% Traube-Minze nimmt, dann hat man da eine schöne Mischung aus der Traube und der Kiwi plus noch einen leichten Touch von der Rose. Sehr krasse Kombi für mich. Und genau so habe ich das Ding auch meistens geraucht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe den Tabak sehr selten pur geraucht, nur wenn ich wirklich Bock auf ein starkes Köpfchen hatte. Ich habe ihn aber sehr, sehr gerne gemischt. Und dann habt ihr, sagen wir mal, wenn ihr so 60% Virginia nehmt und so 40% von dem Aeon Dark Blend nehmt, dann kommt ihr so ungefähr auf ein entspanntes Köpfchen Dark Blend. Mit nur 40%. Ist schon sehr, sehr krass. Ja, ich lasse mir jetzt auf jeden Fall noch das Köpfchen schmecken. Die nächsten zwei Sorten kommen dann, denke ich, nächste Woche. Aber der Tabak ist, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, Mittwoch, Freitag, ich kann es euch nicht sagen. Aber falls heute Freitag ist, dann kommt der Tabak in die Shops heute, beziehungsweise ist schon heute in den Shops. Oder falls heute Mittwoch ist, dann kommt der Tabak am Freitag in die Shops. Deswegen wollte ich auch noch schnell ein Video zu den ersten zwei Sorten hier machen. Da eben die Sorten, die ich persönlich am besten finde. Und das eben Viridi und der Flavio. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr ihn probiert habt. Ich bin für heute raus. Daumen nach oben, Abo, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.